Was denn? Ich wollte nur die Wiese ebnen. Hey, warum schlägst du? Ach, man kann hier jemanden... What? Also... Willkommen zurück zu einer kleine Runde Minispielen in Minecraft zusammen mit dem Quantum Pro. Hallo. Der da oben sitzt. Ey, geil, voll angesoomt. Und dem Castrafter, auf dem ich drauf sitze. Hi. Wir sind hier zusammen auf dem Mineplex-Server und was wir da jetzt erleben, seht ihr jetzt. Oh, das ist ein anderer. Oh, die kenn ich ja gar nicht. Ach, geschwitzt. Geht's in den Blank? Hä? Ach, das ist gar kein Ding, das ist Bleef. Oder so, oder? Was ist jetzt los? Was ist das? Wie das aussah, der sagt... Was zur Hölle, was ist das? Ich check's nicht. Ich hätte einfach mal hier oben bleiben, oder? Ach, der weiß, was das ist? Wenn du hierherläufst, dann fallen die Sachen, wo du hergelaufen bist, runter. Ach, du Scheiße. Weißt du, du musst dann quasi anderen Leute rauskicken. Oh, ich hab mir Bock getroffen von oben. Achso, das ist ja geil. Das ist ja Hammer. Ja, das ist wie das mit dem Gold, nur dass man hier hüpfen kann. Lebst du noch, Peter? Ich bin ganz oben. Lol, ehrlich? Oh, shit. Ja, als einziger, glaub ich. No! Oh, tot. Oh nein, ich auch. Oh, scheiße. Ich bin immer noch oben. Nimm das Player, Debuter. Ja, du bist ganz oben. Unter dir sind noch welche. Die Blöcke machen auch Schaden, die runterfallen, ne? Echt geil. Ja, jetzt hast du gewonnen. Ja, loschen. What? Uh! Erste Mal gezockt, Dreck gewonnen. Yeah! Sorry, das ist ein anderes Spiel. Schub animieren zu paint them, was? Das ist Paintball. Oh, ich sag, da kommen lauter Flaschen angeflogen. Okay, lass die mal paint themen. Ach, wir müssen sie einfärben, oder was? Paintball Riffle. Ja, mit dem balle ich hier gerade rum. Ich benutze das Leck hier gerade. Oh, was mache ich mit dem anderen Ding hier? Und dann müssen wir den Boden einfärben. Ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung. Nein, ich auch nicht. Was bin ich denn für eine Farbe? Hä, jetzt bin ich im Creative Modus. Ups. Ah, da sind wir, sorry. Ich habe nichts mehr zum Werfen. Wie kriegt man da wieder was? Ne, diesen Rucksack doch, oder? Ich kann fliegen. What the f... Ich glaube, wenn man tot ist... Ach, darf man nur einmal getroffen werden? Krass. Go, Demeter, go! Was haben wir denn gemacht? Ah, ist schon aus. Wir haben gewonnen, aber... Jawohl, wieder gewonnen. Ich habe nicht verstanden, das Spiel. Es ist vorbei, aber wir haben gewonnen. Wir nicht. Work in progress. Was geht los? Was ist das jetzt? Supersplief. Was machen wir da? Aha. Blöcke abbauen. Ah, unter einen, oder was? Ja. Ich fange hier an, die Bäume abzuholen. Stopp! Los! Demeter, stopp! Fuck. Achso, und? Ich werde sicher meinen eigenen reinlaufen. Oh, shit. Schau mal, warum hat der denn einen Bogen? Ich verstehe ihn auch nicht. Ich glaube, das sind so, wenn du genug hast, weißt du. Oh, jetzt habe ich Hunger. Ich habe ihn getötet. Oh, und der hat mich auch... Warum hat der denn einen Bogen? Warum... Warum habe ich den... Achso, ich habe Hunger und verhungert gerade. Wie dumm ist das denn? Oh, Quantum! Was denn? Ich wollte nur die Wiese ebnen. Hey, warum schlägst du? Ach, man kann hier jemanden... What? Also. Da war rechte Maustaste, da ist so ein Spezialangriff, sehe ich gerade. Geil. Ich verstehe das Spiel nicht. Lebt ihr noch? Nee. Nein. Los, ich gehe ins Haus. Da ist Mr. Tibbis. Da ist Mr. Tibbis. Na, machst du nicht kaputt, hör auf. Minecraft Dude steht hier einfach da oben. Super. Ja, und wartet ihr, Spacko, komm her. Ein paar stehen hier einfach nur rum. Mach deine Superattacke. Stirb, du Schwein. Und nebendran steht einfach einer und baut da irgendwelche Blöcke ab. Das könnte hier ewig dauern bei euch zwei hier. Das ganze Haus abbauen. Oh, jetzt ist Mr. Tibbis. Da kommt noch einer. Da kommt noch einer von hinten. Oh, sehr gut, sehr gut. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Wir sind noch da. Zwei. Wow. Stirb. Oh, fuck. Oh. Spiel neben Team oder wat? Ich glaube, die sind einfach nur schlecht. Und der eine wartet da, der Spacko. Guck mal, jetzt bewegt er sich. So hin. Er hat sich nicht verdient. Töte ihn. Komm her, du Sack. Oh, fuck. Oh nein. So nicht, Kollege. Ach, ihr droppt Fleisch und auch. Oh, fuck. Oh, das ist so mega spannend. Boah, krass. Jawoll. Boah, war das spannend, ey, mein Herz. Erster Platz. Von am Schwitzen, Alter, ey. Boah, er legt mich am Arsch. Hä? Warum ist Quantum Leco? Er ist out of the area. Ach so. Das kenne ich. Last pick in the area. Ach so, wir sind Schweine. Good, good, good. Ach, jeder ist ein Schwein. Stirb Quantum. Hör auf, nicht. Das tut weh. Wir müssen uns zusammenhalten. Okay, wir müssen uns zusammenhalten. Debiton, nicht mich antraten, das ist unfair. Echt? Geil. Oh, fuck. Oh nein. Oh nein. Oh, war das klapp? Oh. Ich bleib in meine Mitte erstmal. Alter, die will ich für Spiele haben, ey. Shit. Das war's, bist du. Oh, fuck. Oh nein. Okay, war das alles? Cut, wer hat mich geschlagen. Bam. Da war nix. Chase Cam, Chase Cam, weg mit dir. Oh, shit. Also, ich hau einfach nur wild rauf. Also, wenn ich einen von euch treffe, dann... Sorry, Heiko. Das war irgendwie voll beabsichtigt, jetzt. Nein. Aber wir halten uns ja ganz wacker, ne? Boah, war doch knapp. Komm, Chase Cam. Du musst raus, warum? Wer haupt mich denn die ganze Zeit? Ich. Das war unabschichtlich. Oh nein. Rechts. Ihr werdet immer krasser. Hau ab. Komm, wir müssen die anderen rausschießen. Oh. WTF? 5 Euro hat geflogen. Warum ist der eine so klein? Ich weiß nicht, das ist bestimmt auch so ein Arschloch, wo so 5 Millionen Euro dafür bezahlt. Nein. Oh, shit. Oh, voll, Mama. Sorry, Quantum. Das verklappt, du. Oh, ist er weg? Das ist der kleine Typ hier. Ja, der kleine Typ. Mach den kleinen fertig. Ich versuch's. Aua. Weißt du? Oh. Das geht ja mit ihm ab. Das gibt's doch nicht. Das ist der kleine Wichser. Alle auf den kleinen Wichser. Los. Nein, nicht auf mich. Wow, das war knapp. Der hat so ein kleiner Wichser gesagt. Der hat mich aber nicht. Ah. Der hat doch so eine Spezialattacken oder so. Das war gemein. Oh, fuck, fuck. Fuck, fuck. Boah. Body Slam. What is this? Rechte Maustaste oder so was? Ähm. Wow, der schlägt mich ein. Oh, nein. Beide weg. Eier auf. Nein, doch nicht. Der kleine ist da da. Das ist ein Tier. Oh. Du warst den Sinne, aber. Oh, oh mein Gott. Guck das mal an, wie der mich trifft, ey. Der cheatet auch. So ein Hacker. Irgendwie spielt Hacker, ey. Hahaha. Schau doch mal ab, ihr. Body Slam. Go. Alter. Der ist der Typ, ne? Oh, nein. Schwein. Los, stirb doch. Oh, nein. Nicht du. Wir müssen doch mal Glück haben, dass er irgendwo reinfällt. Bam. Boah. Hier ist das. Oh, hab ich dich jetzt geteilt? Ja, weil du löscht. Los, komm her. Nein. Du hast dich geteilt. Peter, du musst uns bei ihr retten. Wir haben zu dritt gegen den Bekämpf. Ja, aber der hat doch irgendwas Spezielles, oder? Ja, das ist bestimmt so ein Faitu Ventu. Hahaha, genau. Body Slam. Bam. Ah, fuck, gegen den Baum. Nein. Oh. Das ist der Ass-Blaster. Oh, Zweite. Oh mein Gott. Ich war Dritter. Der ist bestimmt schwul als Ass-Blaster. Ja, bestimmt. Kann sein. Aber gut, ich würde sagen, das war's soweit von den Minispielen. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und ansonsten, bis im nächsten Part. Checkt die anderen Kanäle aus. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.